Ich wusste, die Waffen würden nützlich sein. Ergebt euch oder sterbt, alter Mann. Mein guter Freund Sir Grey wird von dem Verräter Edwin angegriffen. Befreit Sir Grey aus der Belagerung und zwingt Edwin, sich zu ergeben. Die Gerechtigkeit muss siegen. Rekruten benötigt, Shire. Männer, an die Waffen! Bereit! Unsere Schwerte sind die Euren! Euer Zeichen, Shire? Bogenschützen? Bereit machen! Ja, Herr. Wir sind eure Leute. Was habt ihr eigentlich vor? Steckt eure Nase gefälligst nicht ständig in meine Angelegenheiten, Ritter! Shire, befehligt uns! In Bewegung! Neue Befehle, Shire? Wieder marschieren wir! Für seine Lordschaft! Auf euren Befehl! Lanzen vorwärts! Eure freien Bogenschützen! Erwarte Befehle! Unsere Blögen werden singen! Wir sind bereit! Wir bewegen uns! Bogenschützen! Bogenschützen! Vorbereiten! Da kann ich nicht hin, Sire! Gehen in Stellung! Ja, Sire? Bogenschützen in Bewegung! Die Männer sind guter Dinge! Unsere Sehnen sind gewachst! Gebt uns nur ein Ziel! Euer Zeichen, Sire? Bogenschützen unterwegs! Rauf auf die Welle! Bogenschützen? Bereit machen! Wir sind eure Leute! Eure treuen Bogenschützen! Unsere Bögen werden singen! Wir sind bereit! Bogenschützen! Vorbereiten! Unsere Truppen werden angegriffen! Ich kann euch nicht genug danken! Der Angriff kann völlig überraschen! Ich werde in Zukunft wachsamer sein! Ich werde in Zukunft abholen! Habt keine Furcht! Ich nehme mich des Verräters an! Männer zu den Waffen! Männer? Äh... Untertitelung des ZDF, 2020